Ich bin Richtig? Ja anscheinend Die ganze Rüstung beschädigt es ist schon witzig Jetzt komm mal rechts vorbei oder links? Boah, diese Bewegungsfreiheit, man wäre doch in jedem Spiel so Hammergeil Das ist alles normaler Stein, gell? Oh, da geht es ja komplett noch weiter Okay, da gibt es ja Heftig, da geht es ja dicker Straßen, ist ja wild was da alles ist Ui Ähm, da oben, was ist das grüne? Ach so, so ein Ding Hey, braucht man die zwei liegen Ist das links, rechts, diese Diese Milfunkster, wie die heißen, diese Teile Hier, hier links einer und rechts einer Erst links, weil das höher ist oder was? Aber es ist dann ne, andersrum, weil ich kann da gar nicht hinspringen, ist zu weit weg Also ich kann, ich komme links nicht so einfach hin, glaube ich, wie rechts Oh, das hier ist aber schon knapp Ach so Aber geht? Ja, der braucht einen anderen Gleiter Der ist halt schneller So ein Vieh zum Gleiten, weiß ich ja nicht Gucken wir auch mal testen Aber nur dafür dabei haben, wenn du eh Gleiter hast Ja Aber ich mache ja mal eben gerade ein Päuschen Ich würde mir eben den Trinken wegbringen Machen sie so Ist das schon das andere? Weiß gar nicht, wo das hier ist Ja doch, ich bin genau richtig Lölz Super Anders, krass Das müsste ich ja hier eigentlich holen Jo, ich glaube, das geht nicht gut, oder? Hast du noch so eine Art Zwischenschritt, dann gehts gut Kann ich hier hin? Jo Jo Äh Ah, das geht okay Boah, krass Hey, so heftig So heftig, Wahnsinn Ja Ja Äh, 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 ja Äh Oha, was für eine Aussicht Wie geil Schöne Schneegebiet mit deinem Ark wieder da Krass Das, das ist Maine Das ist echt schick Das ist echt ein schicker Fiek Ja, das ist ja nicht höher, ne? Oha, das ist ja nicht höher, ne? oh oh mein gott knapp thunder es gibt irgendwie immer noch kein mitte zum heilen ob es zu weit oder so weit oder kurz zurück kurz an plan b da drüben oder so ja ja stop 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 nein jetzt ist der afk man scheiße please komm wieder wenn du mich hörst komm wieder ich bin gestorben vom berg gefallen du musst mich holen ich bin am boden 60 sekunden help help so blöd abgerutscht 40 sekunden hilfe hilfe kann doch nicht chatten 35 sekunden 24 23 22 hilfe hilfe 8 sekunden mann du bist gegangen ich bin vom berg gefallen und kannst mich nicht retten 90 sekunden und du bist halt oh mein gott bin ich tot grad dann gehst du weg ich bin aber auch nicht gleich gestorben ich bin halt lang danach wünsche ich wünschen habs hoch wieder runter beim nächsten berg hier da dies das ist laden ich habe hilfe geschrieben ich habe alles ich habe nichts ich habe das geholt bei dem berg bin zum anderen berg runter bin runtergerutscht bin fast gestorben wir noch mal hoch haben anderen weg gesucht bin dann abgerutscht tot und ich war richtig schön am boden und ich war richtig schön am boden ist mir einfach holen können oh man dieses timing war beste wo liegst du ja am arsch da einfach den berg daneben aber du kannst erstmal hochklettern gerade hoch und dann findest du das grüne da habe ich versucht rüber zu springen hat aber nicht gereicht ich bin ich bin an den berg hochgekommen angeklebt bin hochgekrochen einen meter vom vom gipfel war die ausdauer weg wenn ich da kann ich doch theoretisch steinzeug einpacken und nach hause kommen ich brauche das ding ja auch das grüne ding ich muss ja so oder so kommen ja gut ja gut ja war ein gutes timing alter es geht nicht das wird wieder so ein scheiß shorts man falls ich da noch dran denke ich habe römen wolf habe mir ein gleiter gemacht oh mein gott das ist so wo ist denn das ja da wo ich stehe ist der berg auf den du geklettert bist genau und ich bin ich bin bist du ich habe den screenshot geschickt schau mal wie geil ist es ganz oben im live chat schöne aussicht da war ich oben und bin rüber gesprungen siehst du das grüne und bin kurz vor dem ding abgerutscht aber noch hochgeklettert und dann in die ausdauer ausgegangen 10 von 10 gar kein bock da ist noch mal hin zu latschen ne unangenehm fühle ich ich habe auch heute gelesen im server das mal bestrafung an oder aus strafung heißt wenn du was verlierst du stirbst oder halt anscheinend kannst du auch nur ein teil verlieren aber wir lassen es genau so das muss psychose sein ich werde fast zu bergab gerutscht ist nicht schlimm du kommst du landest auf irgendeinem scheiß hügel wenn du genug leben hast überlebst du nur wenn es halt zwar passiert ist doch doof ja 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 so hier liegt munition ach dahinter oha was ist das hier elisabeth oh warum ist hier eine elisabeth hier ist nicht die ja aber die ist nicht hier der boss ist da vorne der ist genauso scheiße sind das noch normale mobs was sind das andere für mobs hier ich habe ein Ei da sind das agro mobs oder was die war noch hier unten auch irgendwo mega sphäre ja da ist eine königin mit mit ihrer flotte ist hier eine ja dungeon höhle des weglagen höhle des klaren wildbach bost 29 ja ich hab ja den falsch gelesen da machst du nix bist du nicht entschuldiger weil wo bist denn du überhaupt ja hier ich will jetzt mal mein zeug suchen mein zeug seit 35 meter über ich bleibe da zu fuß was mir aufgefallen ist ich glaube ich bin schon ein bisschen bis da zurückgeblieben beim fall nee wir auch nicht gegangen und er lehrt das drückenfall nee wir auch nicht gegangen ich dachte wegen dem leiter wir auch nicht gegangen alles gut ich dachte ich wäre wie sonst immer auch so ein bisschen verwirrt aber bin ich nicht so hier bin ich knapp oh shit ja da gibt es genau da war ich auch und dann bin ich noch hier runter gerutscht weich hallo ich komme zu dir hoch ja hi ja dann dachte ich im plan b weil auf der rechten seite gibt es mehrere so zwischenstops ja bleib doch hier stehen ja dann habe ich die ganze zeit ein base beschläge hat weil es wieder so komisch sortiert hat ja hier macht es spaß das erkunden das ganze ja das hochklettern ich habe doch nicht das ist ja so ist ja so wie gta hier diese dinge in der stadt finden ja im endeffekt hätte ich einfach einen flieger holen können ich sag's dir wie es ist und wäre da hoch geflogen na aber ich hole einen wolf schau mal das irgendein tier mit seinem arsch hier drin ja 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 nicht so komisch kriechen hallo er kriegt ja ach so kannst du mit dem ja ja du kannst abspringen ja 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 rechts halt genau genau bei mir ging immer hoch vorbei jetzt lehrt du lebst nein ich hasse dich jetzt muss ich da runter weil ich kurz vor du verrechst und kommst selber her so ein kleiner penner her kannst du dir nicht vorstellen jetzt muss ich dann nochmal runter weil er das nicht schafft wie kann man wie kann man hier nur sterben und das vor diesen tausend gegnern hier ja da ist ihm wieder am boden hallo ja danke sehr bitte schön ich muss mal kurz eif gerade kapper wow 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 was sind denn das für bastarde meine ganze meine ganze ding klappt irgendwie nicht eine ganze fall verwaltung weil die keine herauskommt irgendwie ich habe den alten bogen ausgerüstet ich habe den falschen bogen ausgerüstet jetzt b taste ich möchte selben angreifen mach doch b taste merkt dass ich b drückt und um 4 drücken zu können weg sind sie ne ach so ist nur ein du schon oben jetzt schon wieder wie man hier auch klettert ja mit meinem mentor ich habe da nicht funktioniert man ja 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 wie sind sie in der gestörten dunkel ja da gegen mit der fackel nicht ja 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 wie gehst du denn da hoch oder boll bist du spinnst du das ist gut dass wir flugzeuge zu hause haben also also fliege aber ich das mit denen hoch zu kommen geht schon trotzdem auch knapp wegen der ausdauer aber die kann ja auch zwischenland war es einfacher ist das was sie machen so spannender hier für content das war meine hauptsorge für den content weil ich weil ich jemals etwas nur für content war genau so eine insulanzer bin ich okay mit dem zwischenschritt kann es gehen da das geht echt mama mach mal aber in der ostdruck gewinnt und wehmer nix mehr es muss schaffen hier es muss uns muss an der lichtmax ist es hier dauernd dann dann deine shorts hier ja auch hier ins höschen zu gucken da geht ja nicht anders du präsentierst es ja was du präsentierst muss ich gucken wissen das ding überhaupt wir wussten das und welche seite überhaupt keine ahnung ach hier da hinten ist ein portpunkt ach ne den haben wir schon ist ein blauer wir kommen jetzt hier weg hoch bei den großen felsen hier brauchen wir nicht hochklettern oh der ist zu hoch ja ja runterfliegen aber in welche richtung wo waren wir noch nicht wo ist noch neu in die richtung naja die richtung da ist ja das erfahren wir noch nicht da kommt da ist schwarz da müssen wir runter doch noch hoch ja aber dann muss es tut sich schwerer nach unten oder nicht welche richtung schaue ich weiß gar nicht welche richtung schaue ich würde eigentlich in die andere richtung schauen ich rutsche erstmal wieder ab oh schau ich hab was cooles wenn du da hinten hinschaust mach nochmal wie du bist ist noch so ein grüner punkt ich glaube wir müssen da hin ich seh ihn da hinten äh meins war der untergang aufgang ja da hinten ist so ein punkt ja ja geh nochmal beim ark also ich will zum ark hin schau mal weißt du das ark das blaue ark da ok ich guck zum anderen blauen ark so ein blauen ark ah guck mal wenn du zu meinem blauen ark guckst red ich mal zu mir um da oben auf dem berg auch grün oh neben uns der berg oh mein gott das ist ja noch das ist noch ein portpunkt ne den portpunkt haben wir doch schon oder ne da ist ein roter hier unten gleich ist ein roter also hier unten gleich ist ein heidenweg aber da unten gleich ich hab den eben gesehen ich dachte den haben wir schon der roter ist nicht wo war der nochmal das heißt unten gleich ja den haben wir noch nicht oder was der hier ne achso die leuchten von der ferne dann anders ja dann die die wir haben leuchten blau ok ja dann gehen wir da runter was macht ja was macht man da noch hier oben ich hab noch mal kurz zwischen gelandet ich wollte mich aufschlagen auf dem berg oder so das ist dann irgendwie ja ja hast du ein holf achso ja ein bisschen ja doch habe ich noch meist gleich vom berg springen können oh klippe hört man das wieder weg grünbach irgendwelche komischen mückenviecher bienenviecher ja ja mit königin meist in eine bienengarde ich habe eigentlich bock mit denen zu kämpfen oder holen wir uns jetzt das ding und ich hab bock den teleport dazu ja dann ja hier mehr bienengarde dann weißt du was ist du hast mich zu retten mein wolf funktioniert nicht mehr jetzt kann den nochmal neu ja ich hab noch einen anderen der geht wenn ich f gedrückt habe wird er wieder eingezogen also der ist irgendwie der geht nicht mehr also der hallo das ding ist ich lass ihn raus und dann schwebt in luft und dann wird er wieder eingezogen in den ball wechsel mal deinen Viech auf den anderen wolf hab ich weil wobei ist es so nochmal nächster warte ja das war glaube ich dazwischen zwischen diesen es geht ich hab den kleinen der geht jetzt wieder ich war dazwischen diesen berg fest irgendwas hast du die dungeon gesehen hier? naja die höhle ja ich hab mir dann Marker glaube ich gemacht oder war das das andere die pennen ja alle hier krass da und da hoch? muss man kommen da links da rum? warum bin ich zu fuß? halt da erst mal nach hause was wie viele sind denn da ey erst mal zu hause was? das ganze immer noch also keine knochen erstmal ähm hinlegen oder? ich tue mal die ganzen tote in meinem inventar es gibt gar keine toten ich hab mir gesagt bei mir leben alle bei mir ist es im Diagramm tot und dann hab ich noch wen in der Bank der totes? ne wir waren ja stundenlang weg hier man sieht das doch dass sie tot sind oder? an der ding sofort ja bei deinem leben alle wieso leben die alle? ich hab ja so einen typen ich hab ja so ein ligater palfreunde anhänger ja 1.105 leben 15 ich tu mir so mal in die leise ach das geht nicht oder? doch oh mein Gott ich hab den hier warte der hat nur kein skin der ist so 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 der ist so ein schatt so ein hier der hat kein skin der ist so der ist so ein äh sith so ein sith von einem jedi so ein skin hat auch so ein äh imperator skin what the fuck ja da muss man schlagen gehen hier ist das vielleicht nicht geplant von spiel wir haben einfach gefangen gegen irgendwas jupf jupf passiert wenn er wett mein ich leg mich einfach drauf wie krass das war jetzt ein geiles abenteuer ohne scheiß das war jetzt psychose ja ja wir fallen während wir flugzeuge zu hause haben ich hatte echt flugzeuge im bauch gleich ok so es geht aber immer noch keine glocke nicht mehr reparieren was fehlt denn was fehlt denn eigentlich haben wir den stoff war kurz so eine glockersicht angreifen sollen alle die unten kommen die der typ kommt der eine da der läuft vor und schießt wie viele die haben boah tausender ich sehe halt nichts ne ja ich tue mal mit zoom schießen und dann hast du halt so eine geile sicht was macht denn mein futz wieder eigentlich fertig ja was hatten wir überhaupt für werte lag er kann sammeln wo so richtig funktioniert mein team jetzt auch nicht hier die schießen irgendwie nicht ich muss mal den boss probieren den neuen wissen wir ja macht denn er jetzt jetzt geht der holz wie das nervt kann doch jeder was kann der der hat level 2 holz fertig mehr da nicht ist und da muss viel fressen ernst ja das war's dann hat er dann hat er gut herziger feendrache ist ganz süßer drachen atem mystischer tornado und lohe pfeile 70 70 55 gut schaden hat okay und dann und wir können hier wieder neue eier machen ach schau holt jeder ein so oder was hast du schon okay tu mal das geknisterte hin das geht ja ich hab hier ich pack das geknisterte rein und noch ein anderes da ach das ist hier so ein schneeviech ich hab ein ich hab ein rib ribbunny ribbunny das ist anscheinend so ein hä okay hab ich noch nicht neues hab ich hier weil das ist cute aus weil knuffig hier kann ich hier mal das da reinpacken das da reinpacken ach der ist auch nur der mosander das mal ein upgrade der mosander dieser wurde gesagt das ist space dings da in der gegend transport 3 vieles andere 2 holz für ein handwerk und aussatz 2 aber dann sport 3 ja der ist halt zehnmal so groß wie alles andere der ist geil man hat eine wahnwitzige kraft in einem experiment könnte es ein 3000 seitiges so habe ich den telefonbuch kann das reitige genutzt werden beim reiten kann der pal ein granatwerfer benutzen auch angenehm auch angenehm aber warte mal dem hier ist kühl wenn man das eine hier wieder her ja kürzer okay cool den hier der hat's gern das da kommt das jumbo all rein also das wieder mal ins lager rein bald haben wir nur noch so geile Typen hier zum malochen ja der hat auch vieles 2 ok okay den hier also habe ich jetzt noch wüsste welchen ich jetzt habe bekommen habe scheiße vergessen haldex muss an da wollte ich genau genau erst mal ich hab dann noch gar nicht gefunden der ist so süß mal mit dem austauschen ist so richtig aquarium effekte das spiel seine eigenschaft der ist wild ganz groß wild rein okay krass gut schauen hat ja auch muckipunch felskanone kern kern mg den typen müssen wir drüben mitnehmen diesen tomat tot sagt vor allem a tomat oder ich sagen aber das ist ja falsch was macht ihr hier der da für drüben etwas geiles mit level 2 noch holzdinger scheiße mann wieso können so viele holz malochen was mit denen jetzt habe ich denn hier das ist noch ein frosty oder? ne ja floppy nehme ich einfach das ist ne süße die kann der schon ich bin gleich tot sekunde ich bin tot ja 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 das ist so scheiße ich wollte noch rüstung reparieren und dann könne ich und inventar leeren das ist ja wahnsinn ich bin gleich ich bin gleich mal ein kühlschrank kühler aber hier ist doch hier ist gar keiner der kühlt jetzt gehe der kühl saft saftig günstig da mal mehrere von denen sehe ich saftig und das jumbo das kann etwas größer sein glaube ich wissen die lila galaxie hier ist noch mal die gleiche weil das gleiche drin eisdrüse ok obfertiges paltöl kann ich auch so lassen was ist acht ist christina haben wir mehrere von denen oder hast du keines reingetan düsteres jumbo ok hier ist christina super ok sondern ich verstehe pfeile 10 habe ich ich würde mir noch ein paar kräften wollen das ist das ich habe eine seltene feder wenn ich ja nicht gelevelt werden testen ich weiß gar nicht oder sind die megasphären ein paar du 363 wenn man es zu dritt machen geht es geil wenn einer wenn einer so helfen hat also so eine hand stufe 3 dann wird es noch schneller gehen jetzt wenn wir wissen dass wenn die hand da ist dann hilft er uns wenn das paket da ist dann trägt er und so weiter aber siehst du kein kein paypal mehr hier ist unzufrieden zumindest die die ersten paar erst fünf muss echt auf die g1-tasse setzen f gedrückt halten das stimmt schwer oder so was es funktioniert nie mach mal prüfer hast du schon gemacht es ist gar nicht mehr da oder das ist ja noch ich bin gemütet haben mit dir ich lerne von ganz großen danke ich habe ja auch so dieses makro oder neues mark marken erstellen f taste ich würde das mal keine wiederholung wiederholung am halten schalter das funktioniert nie f jetzt starten f ähm ich habe doch gar keine f tasten mehr tasten kombination aufzeichnen text kann man nicht einfach sagen ich das ist so dumm ich muss tasten eingabe aufzeichnen texte muss aktion das ist eine aktion nee welchen schade dass man nicht nur etwas sagen kann man drückt die tasten fertig f nee ich will ja nicht gedrückt halten stopp wieso kann ich nicht etwas sagen ich will nur f zurücksetzen das ist nicht einmal eine coole razer software man wieso kann ich etwas zack aufzeichnen aber er oh er macht immer zweimal stopp ok habe ich fertig oder jetzt macht er einen update möchtest du die änderung ja warnung dieser makro enthält eine gedrückte taste ohne eine losgelassen taste für dieselbe taste möchte das makro speichern ja wenn ich nochmal drauf zurück startet es wieder oder was ach so ich kann ich kann das makro nicht beenden meinst du brauche ich start und stopp ich dachte ja egal jetzt einfach mal drauf schauen was passiert hier gott natürlich geht das nicht das geht halt nicht nee das geht nicht das ging noch nie okay ich drücke die taste es ist so als ob ich selbstständig f drücken würde ich muss die taste auch gedrückt halten obwohl da steht hey dieses makro enthält eine permanente drücke taste bist du sicher ja natürlich aber es geht nicht durch die noch nie warte ich muss auf schalter machen habe ich doch am anfang gemacht ja und jetzt ok ich bin aufg ja ich habe am anfang schalter angewählt und dann f gemacht und dann ja geht super und wenn ich jetzt nochmal drücke was passiert dann ja ist aus warum warnt der mich denn was das zweite mal nicht mehr geht oder doch geht muss ja gut ist an also ok muss ja doppelt drücken ja passt doch easy oh mein gott da kann ich noch um einen schwanz entleeren und während es nicht pfeile bau main super xy logitech main leg mich zwar jedes mal auf weil das ist so dumm gemacht eigentlich aber es funktioniert zumindest dass du mich nicht dumme sachen gesagt werden nämlich nerven kannst du da nicht helfen macht aber nicht ach so kann ich jetzt drücken oder was die taste das ist sie das hier weg ist und die maus ist anscheinend 169 ich muss wieder nochmal ich dachte man muss wir langsam und irgendwie war dann fußelgrad und das wird kein f gedrückt ja geil was habe ich denn jetzt hier alles wie ich habe nur 64 feine ich habe doch gegen ich habe doch genommen was du aufgesammelt hast ich will hast du dazu wirst du nicht nur mit rüber gelaufen ne ich habe 64 vielleicht hat so ein anderer wasser aufgesammelt oder was ja dann have fun wei finden man also ich hatte ich habe 64 ich hoffe ich hätte ausgetragen oder so dann guck mal draußen ja 11 sind hier jetzt habe ich 244 auf einmal lol ich habe 244 jetzt hat das inventar sich irgendwie aktualisiert gerade es ist total bescheuert ok passt alles gut ist gut ich habe noch mal gesteckt und dann hat er sie richtig angezeigt die erste frage wollen wir noch eine kleine tour oder ja klar deswegen haben wir ja die feile gemacht oben weiter oder was bei graspangerwald nein wir wollen woanders hin die typen da zählen oder ja schon wieder ja wir wollen entweder zum zentralsee oder zum schmetterlingswald ich glaube aber erst im zentralsee wir wollen hinter elisabeth wir wollen hinter elisabeth ja ok bin da wo muss ich meine ziere verwalten hier ich habe hier schon wieder so eine liebe nette freundliche dame aufgesammelt während ich einfach nur an dieses scheiß vater will ja ich habe wolf drei dieser viecher und den boss den dino ja ich habe wolf drei dieser viecher und den boss den dino ich habe selbst gesagt wo wir hin wollen hast du erst zur zentralsee bitte immer zuerst als gegner auftaucht so hä wo ist so wir wollen also so ab zur biene wir wollen die stacheln oder was oder wo ist denn hier der weg da lang stacheln wird's tun alles klar oh wie hoch 30 und dann doch 29 boss ist es auch so dass es die höhle ok ich weiß gar nicht wo du hin bist doch dem straßenvorder folgen ja ich wollte bitte wenn sie jetzt mal ok kopf ist ein besitzt von der biene zack wie du bist noch bei der biene ich habe die biene gar nicht gesehen ich wollte nur so sagen so dann war dann passet die halt ja gell dann war das die tatsüben die ich gesehen habe auf der anderen seite aua ich habe F gedrückt mehrfach und dann runtergefallen um zu looten 29 so 20 schöner spot hier relativ gerade ah genau das schneegebiet ist krass man bestimmt kalter da wollen wir hin ich hätte nicht gedacht dass da so viel wasser zwischen ist jetzt noch so ein metall punkt oder was wir haben nie wegen metall geschaut lol aber ist ja egal beschweren die sich wenn sie krank sind oder sterben oder irgendwas machen die irgendwas so ich glaube die weinen dann schon also wir müssten noch eine ganze stange schwimmen für alles wasser leben 20 weniger pro sekunde geht nicht ist schlecht hast du flugvieh mit ne ne hm willst du da drüben oder was also links vom eldenbaum schau dir das mal an man ja man oh mein gott ja da komplett teltrasil also nicht ne ich meine den eldenbaum nicht teltrasil ich bin schon teltrasil teltrasil also nicht ein schneegebiet oder links daneben oder willst du ja ich will ich gehe direkt rüber zu einer ruin da ok fang gleiten rest schwimmen und auf die hp beten beten ich guck mal wie weit der vogel hier kommt weil ich hab nur die vogel dabei und es wird wieder nacht oder? ne boah boah man kommt ja nicht weit wenn man springt ja ich keine ahnung ist hier ein speicherpunkt da vorne? ja fehlt auch wir sind gerade an einem speicherpunkt vorbei ja ja da vorne sind auch einer im schneegebiet am anfang boah das ist weit 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 ach du scheiße ist weit heiße stange hitze jetzt gibt es hier echt damage wegen hitze über kälte ja ist damage ja zieht harper ab naja da müssen wir andere kleidung links heiß rechts warm oder was ok wird echt wieder dunkel so ne scheiße bist du schon unten im wasser? ne ne ich hab mir nicht getraut ja gut wohl dann äh kleid da nochmal hoch zum portpunkt du kannst einfach so nen Vogel rüberfliegen aber selbst wenn ich Klamotte ausziehe es zu warm ja da brauchen wir diese Schutzrüstung das ist ein Ei ein schön gefrorenes Ei ein schön gefrorenes Ei das ist doch noch so schnell dunkel wird ja gut wir haben ja auch den gemacht wir haben ja auch Pfeile und so ne scheiße ja 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 kannst du da zwei so ne wenn du nach Hause gehst zwei so ne Hitzeautos bauen? ja ich probier's ich probier's wenn wir diese Hitzedrüsen oder wie das heißt haben keine Ahnung bestimmt ist ja glaub ich ist da glaub ich eh nur ein Item ist ja das Gute es ist ja hier nicht der ganze Körper ja wo ist denn das ähm tropische Outfit damit lässt sich Hitze besser ertragen zwei Feuerdrüsen drei Stoffe ja ich glaub das haben wir ja klar easy bauen wir gleich beide du kannst arktisch und Ding dann haben wir das bist du schon zu Hause? ne 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 ich steh da unten am Wasser ja ich klettere halt hoch ist da ich bin ja gleich da ja der Vogel hat kein Mojo mehr wie da will der gar nicht mehr oder was? ja doch schon aber er ne mag das halt mit der Ausdauer auch nicht so jetzt mein Wolf nimm mal kurz weg und wieder hin das Kletter nicht überlebt hier oh Gott jetzt hat der's da grad nicht hoch Scheißgeil hat keine Ausdauer und noch ein Ei heißes Ei oh ich muss auch zum Vorpunkt hier runter springen ok so wo war ich denn den Scheiß hier zack also ich hab das gar nicht ich hab die nicht gelernt glaube ich muss das lernen weil äh ich dachte ist sie egal erstmal ich lern die mal kurz Pall äh ne Technologien so wo haben wir diese schöne Rüstung hier 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 tropische Tracht und arktische Tracht ok mach ich äh tropische Tracht 2 ja wow was bist du denn so warte ich kann meinen Knopf drücken hier vergessen geil hm 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 so so wir nehmen doch was ist auch mit der taste beendet das level 26 die sie ganz so ganz böhm sind aus dem ein hartes ding rein dann gibt das schon gar kein problem ich bin dann auch ein vogel sicher sicher ausmachen und jetzt noch die arktische tracht 2 was ist denn das für eine schweiß die da läuft hier gibt es da keine arschrützen irgendwo da hier klick weiter das ist so krass auch wie sie den titel schreibt das meter ist crazy das ist einfach nackt da ich finde ja auch crazy die mieter wenn ich alle die mieter crazy ja jetzt läuft hier mal die melden melden rund um adventures getting food and walking das wird sagt f so weit haben wir zweimal artisch und zweimal tropisch gleich die eier da lassen wieder weniger gewicht mit verbrauchen aber schon platz hier in butter angebranntes hähnchenbrustfilet mit frischen zitronenaroma steiger vorüber geht das arbeitstempo leicht ja nur bei den pfeilen machen kann ich schaue einmal kurz zu den erzdingern ok ja nur bei den pfeilen 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 ja nur bei den pfeilen